Das geht damit nicht. Dann kann ich Pistol-Case machen. Hier geht's wieder hoch. Yo Leute, willkommen bei Warfram. Zusammen mit Sven. Markus ist gleich im Training. Und ja, mal gucken, was man zustande bringt zu zweit. Ob man da auch noch so, achso, ich muss annehmen, habe ich das Gefühl. Fünf, vier, drei. Na gut. Juuu, wir fliegen. Geil, das ist voll geil, dass du steuern kannst, deine Schiffe. Ja, stimmt, du kannst die steuern. Ja. Hast du noch nie rausgefunden? Nein, ich spiele beim Gaben nicht rum. Achso. Ja, das dauert mir immer zu lang, deswegen spiele ich ein bisschen. Heute wird es kein Problem geben mit dem Spiel, weil ich ja ein anderes Aufnahmeprogramm habe, oder? Letztes Mal war es ja mit FRAPS, wo es abgekackt ist bei mir. Das ist ein Mobile-Defense-Mission. You must deliver payloads and defend a number of locations while I bring you to the ground. Frag ich schon wieder dieses Scheiß-Ding. Wie ist denn welche? I can't do this without you. Komm, eine tiefe Verbeugung. Oh, nie, tschi, wa? Go, tour. Oh, nie, tschi, wa? Ach, mit dem Ding vor dem Kopf. So, jetzt wollen wir die da drüben, würde ich sagen, oder? Naja. Let's go. Ja, langsam, langsam, langsam. Abschuldigen wie his. This will only get more difficult. Get to a terminal and prepare for enemy resistance. Oh, wir haben noch einen Grundmitglied bekommen. Einen Auto-Joyner. Ähm, ja, diesmal sieht man, ähm, hier, hier, X, na, X. Also. Nix mit Fights. Wir lassen auf den Alarm weg. Alter, was hat der für eine Laserwaffe? Wer? Der andere. Echt? Ja. Ist der besser? Der ist unsichtbar. Ja gut, der ist vielleicht im Kopf-Level besser als wir. Nee, der hat einfach einen anderen Charakter. Ich kann jetzt auch schon anfangen, meinen zweiten Charakter zu bauen. Achso, kannst du mehrere Charakter haben? Ja, es gibt doch verschiedene. Es gibt doch die Elektro-Typen und die Tanks und die... Alle müssen hier lang, wo sind die eigentlich hin? Ich hab gewartet, bis du rüberkommst. Ja, weil wir müssen hier hin, weil wir irgendwie... Juhu, level up. Level 12. Da unten, gell? Der ist echt unsichtbar. Hey, muss ich jetzt zu euch? In meiner Zeit ganz woanders hin. Hier unten wäre noch ein bisschen Loot gewesen. In dem her aber... Pistolenmunition voll, ja, die will ich auch gar nicht... Wo bist denn nun? Also... Wir sind jetzt zu viert? Ja. Ich komme mal zu dir. Ich bin über dir. Über mir? Bin ich hinter dir. Jetzt müssen wir doch da hin. Da, wo es das orange Licht ist. Ja, wir kommen beide auf dieselbe Idee. Damit. Druckpunkt und Vitalität. Was ist denn hier Gegner? Also drüben rennt einer schon. Ah, wir müssen den Gang hier nehmen. Welchen? Der muss irgendwo ein Gang sein. Geradeaus, ja, hier. Der hier. Ey, ich... Chext nicht. Ne, hier ist auch nix. Ah, das sind Seile. Und tschüss. Wallrun. Wallrun? Nein! Ich bin drüben. Wie hast du es gemacht? Äh, einfach irgendwie drüber gepackt. Also ich bin gesprungen und irgendwie halt drüber gekommen. Also jetzt stehe ich auf dem Träger hier und bin ich wieder unten. Du musst irgendwie dagegen springen und dann... mal so mal hier in Wallrun. Wallrun. Warte mal, kommst du da hinten rum irgendwie? Ja, mal ein Foto, was ich mache. Oh, mein, da kommst du auch automatisch aus der Welt raus. Ja, hier, schau. Komm hier hoch zu mir. Ich sehe ich nicht. Also du kommst hier... Doch, kommst du irgendwie hier hoch, oder? Doch, musst du irgendwie hier hochkommen. Da hinten rum. Ja, ja. Jetzt habe ich es auch gesehen. Die anderen zwei sind schon halb fertig. Aber zum Glück habe ich das Ding. Das heißt, die können nichts machen. Eben. Nur halt und dann... Falsche Attacke. Ich wollte drüber slideen. Ach so. Aber die töten uns die ganzen Gegner. Oh, du mit deiner Eisklinge, du. Oh, Herrina, Lama hast du gelöst. Hab ihn. Mal einfach mal alles abgeschnetzelt. Hast du gerade gehackt? Ja. Patch me in. Ja. Hat die Kurve verlassen. Wir brauchen ihn zu lange bestimmt. Tipp ein, um... Toll, ich muss gleich mal mit dem Gewehr töten. Motor. Ja. Wärst du so lieb, wann würdest du das hier mitnehmen? Äh. Das hier. Ich muss Gewehr-Case machen. Das geht damit nicht. Ah, kann ich Pistol-Case machen. Hier geht's wieder hoch. Rechts. Rechts rum, genau. Ist das gleiche. Brauchst nicht mal springen. Geil. Komm, 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 weiter weiter. Die haben sich schon alle getötet hier. Gibt wieder komische Kisten da. Der Messer tötet die, alle Gott. Das ist trotzdem meiner. Kannst du machen, was du willst. Ich hab's gefunden. Upload mich und prepare to defend. Ich kann auch nicht looten. Ah, doch, ich kann looten. Du musst zu mir kommen. Ja, ich hab nur kurz gelootet. Wo bist du denn? Da? Ja, oder wir nehmen das Terminal über dir da. Das 20er da. Da? Da? Das ist mir näher. Wo ist das Terminal? Ah, da vorne. Da? da das teke moment mama ich wollte eigentlich nur looten du affe sind guten wollte wenn ich gar nicht wie so ein haustier was hätten wir gerade wieder versorgen wir hacken uns halt ein bisschen wieder in irgendwelche systeme okay boah alter was da leute kommen sind ein bisschen viele finde ich ich nicht hat der typ das zähl dauert noch 11 Sekunden na gut ich habe ja meinen mein Typ ein bisschen geboostert mit den ganzen Prozent abgült was sie gemacht hat aber es bisschen mehr schildes mehr leben der doppelte vier das letzte Mal die ganzen booster was er was machen kannst du haben abgeholten abgült meiner druckpunkt kanal kampfschaden wer hat es jetzt nicht ich auch nicht jawohl also am termin war jetzt nichts mehr ja da hat es 40 sekunden da kommen die erste die schießen hier scharf die schießen hier scharf hat er hat noch musik ja kann ich habe schon ja keine musik mehr passiert ja nichts was wir lesen die mission weiß ich gerade nicht ich bin noch nicht gestorben also so schwer kann sie nichts an wenn ich noch nicht drauf gekommen ist doch sagen wir es gehackt beide wo was auch nö das wird wenn wir mal warten könnte wo wir hin müssen ich habe doch keine ahnung bist du hier nein also das war der alarm also da müssen wir hin ich muss ich auf die andere seite er mit jungen geschafft 5000 affinität echt ja also sein komisches tag dein ding da abschießen der 5000 schuss und jetzt müssen wir den worten hier wieder beschützen ach nö bist du da ich habe gehackt was hast du gehackt alarm unser warfeld angegriffen oder hat hat die sind 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 alle sind alle sind Warframe? Na gut, er hat es dann. Level 12 mit der Bariton. Das ist Kronus. Zwei Sekunden noch. Gut, und weg ist er. Juhu, nächste Mission completed. Jawohl, das reicht dann auch alles. Und jetzt? Weiterhin? So, hier hin, oder? Hm, hier auch nix. Wo bist du? Ja, abgeschobbt. Hä? Hä? Du bist doch beim grünen Punkt, oder? Ja, bin ich. Bin der Einzige von euch, der hier ist. Ja, ich finde den grünen Punkt was nichts. Was hier oben? Also oben. Also oben. Ähm. Naja, das hat doch noch Ärger gewollt. Hm. So. Ich bin auf dem Weg. Alter, ich bin sehr weit weg. Bin ich hier richtig? Ah, ja. Denk schon. Ist hier der Ausgang? Nö. Alter, wo ist denn der? Bist du das vor mir? Ja. Bin der ganz vorne. Ne, das ist der andere, oder wo von mir hier rumrennt. Alter, wie viele Zeiten gemähten wir auseinander. Also hier muss man ja klettern. Wart mal hier auf euch. Hier oben. Wo komme ich hier? Wo komme ich hier lang? Ah, hier komme ich irgendwie in den Seitengang rein hier. Also du kannst die Map so ebendig lang erkunden eigentlich. Hier hoch oder wohin? Ne, hoch muss ich nicht. Ich muss hier lang. Also wie weit seid ihr schon vor? Die Lüftungsschächte, mein Freund. Ja, ich komme ja schon. So, bin ich jetzt bei euch? Nein. Ah, das hat er ja. Ach so. X. Juhu. Hahaha. Was haben wir denn? Kopfschüsse 13. Hat er. Sechzehn. Free. Ja, gut. Beute aufgehoben. Hast du auch am meisten? Was hab ich denn eigentlich? Beute gemacht? Creaming Spare. Radial Sperrwurf Argument. Orchment. Was hab ich denn? Ferit. Polymer. Navcom hab ich wieder. Oh Gott. Ja Leute, also das war jetzt wieder diese Runde und ich würde sagen, das war es auch wieder für die ganze Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal! Tschöööööööööööanderhääääääääääääääääääääääääää. Bis zum nächsten Mal.